Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 21. April. April, nicht April. Und wir haben heute einen wichtigen Tag für Euro, US-Dollar. Ganz klar, die EZB steht hier im Fokus. Die Notenbank hat hier 13.45 ihre Entscheid, mehr oder weniger, und 14.30 die übliche Pressekonferenz. Das wird spannend werden, in welches Horn hier geblasen wird. Nachweislich hat die Europäische Union, beziehungsweise vielmehr die Europäische Zentralbank, hier ja einen Fokus auf einen schwächeren Euro. Ja, das ist ganz klar zu sehen. Und im Euro selbst, aktuell heute hier, vielleicht aufgrund der Färbung 24 Pips gelaufen, nicht wirklich dynamisch unterwegs. Und das überrascht aber auch natürlich nicht. Die Spannungen, die Unsicherheiten sind relativ groß und sich hier im Vorfeld groß zu positionieren, scheint dem einen oder anderen Marktteilnehmer relativ heikel. Deswegen gut vorstellbar, dass sich das Ganze hier noch auch ein Stück weit hinzieht im weiteren Tagesverlauf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier eine Situation ist, die wir hier sicherlich noch bis eben zur Mittagszeit sehen werden, um dann praktisch daraufhin eine Entscheidung am Markt wahrscheinlich zu erleben, die auch wieder sehr, sehr dynamisch ausfallen könnte. Denn wir sehen auch hier, zuletzt im März gab es hier eine Bewegung von, das waren sogar über 400 Pips vom 24-Stunden-Handel aus betrachtet. Und solche Tage sind am Donnerstag bekanntermaßen EZB-Tage und da eben auch durchaus immer sehr Volatilität. Das zeigt auch die prozentuale Verteilung der Wochenvolatilität. Da ist der Donnerstag am stärksten vertreten. Und der Donnerstag ist interessanterweise auch der bullischste Wochentag im Hinblick auf die letzten 52 Wochen und auch im Overview während der letzten 17 Jahre hier mit 52 Prozent auch leicht positiv. Also der Donnerstag hier insofern ein sehr, sehr interessanter Tag für Euro-US-Dollar. Heute insbesondere interessant, da wir eben erleben dürfen, ob es hier eine Fortsetzung der gestrigen Schwäche gibt. Und da zoome ich mich mal raus. Gestern hat Euro-US-Dollar hier ja zur Mittagszeit begonnen, hier eine scharfe Korrekturbewegung einzuleiten. Das führte sich, setzte sich fort dann bis zur Asia-Session. Und was hier interessant ist zu sehen, das ist diese Situation am gestrigen Tagestief. Euro-US-Dollar hat hier bislang einerseits in der Nacht und einerseits hier am Morgen und just noch mal hier zum Start der European Handels-Session dieses Vortagestief hier verteidigt. Das Level um 1,1290, 1,1291. Hier ein ganz, ganz interessantes Niveau. Und darauf sollte man mal durchaus Acht geben. Ja, was passiert, wenn Euro-US-Dollar hier wieder hinläuft? Ansonsten hier grob in dieser Asia-Range gefangen. Wir haben vor wenigen Minuten hier gesehen, dass es einen Ausbruchsversuch nach oben gab, hier über den Deckel. Also ein neues Tageshoch sozusagen. Da sind wir auch schon wieder sechs Pips weg vom Tageshoch. Es bleibt also ein zähes Unterfangen und es ist gut vorstellbar, dass sich das die nächsten Stunden hier sozusagen seitwärts weiter bewegt, ohne klare Impulse, um dann hier 13,45, 14,30 sozusagen den Deckel nach oben zu sprengen und dann kann es auch wirklich sehr, sehr volatil werden. Wir werden das im Stream beobachten, was Euro-US-Dollar da hier sozusagen aufhört. Grundsätzlich die Situation die, dass wir hier, jetzt gehen wir noch mal in den Tagesschart vom Euro-US-Dollar, bereits gestern im JFD Devisenradar feststellten, dass die Tendenzen nach unten weisen. Ja, wir haben hier ganz klar den Widerstandsbereich 1,14,50, 1,15. Hier diese Zone, wo Euro-US-Dollar sich definitiv schwer tut. Das hat man auch in der Vorwoche gesehen. Hier gab es dann einige Doji-Kerzen. Es gab keinen richtigen Kaufdruck unterhalb dieser Marke, insbesondere vor der EZB-Sitzung. Insofern rein technisch durchaus Konsolidierungspotenzial möglich. Es wird auch übrigens auch von vielen professionellen Handelshäusern genau das erwartet. Die Frage ist eben nur, ob es sich umsetzt. De facto hier die Situation, dass der Markt immer noch unschlüssig ist. Grundsätzlich aber, und das muss man sagen, seit dem Tief hier vom Dezember in einem Aufwärtsimpuls steckt. Das heißt, auch die aktuelle Konsolidierung ist im Prinzip eine Reaktion auf die Vorgängerbewegung hier von Anfang April. Da gab es ein neues mehr Monatshoch. Eben hier nochmal Angriff auf die Marke von 1,14. Letztlich scheiterte das Paar genau an diesem Level. Das ist eben das in Anführungszeichen traurig an der Situation, was hier die Situation sehr, sehr fraglich erscheinen lässt. Letztlich aufpassen, was passiert. Heute, wenn wir hier per Tagesschluss über 1,1450, 1,15 speziell gehen und der Tag heute hat die dynamische Volatilitätspower etwas in dieser Art zu vollziehen, dann wäre das hier kurzfristig ein Kaufsignal in Richtung 1,20, 1,25, vielleicht sogar 1,30. Andernfalls, wenn wir hier nach unten wegkippen und insbesondere hier dieses Support Level, diesen Bereich um 1,1150 aufgeben, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier nochmals relativ zügig in Richtung 1,082, 1,085 korrigieren. Euro-S-Dollar also hier gerade an einer Findungsphase. Das sehen wir auch sehr schön im Wochenschart. Hier oben der Deckel 1,14, 1,1450, 1,15. Diese Zone hier definitiv immer wieder für einen Angebotsüberhang sozusagen. Der Euro wurde hier definitiv immer wieder abverkauft. Und jetzt steht eben die Frage aus, ob der Ausbruch gelingt oder nicht. Kurzfristig, wie gesagt, 1,18, 1,20. Hier diese Zielzone. Wenn wir uns mal rauszoomen, hier 1,20, 1,41. Das war es tief vom Sommer 2012. Das wäre auf jeden Fall hier neben der Marke von 1,18, wo wir hier ein Support Level haben, ein Ziellevel, wo Euro-S-Dollar hinlaufen könnte, wenn es nach oben ausbricht. Ansonsten sehen wir wahrscheinlich, und das muss man natürlich im großen Kontext auch betrachten, dass wir hier seit Anfang 2015 auf tiefem Niveau eine relativ zähe ausgeprägte Seitwärtsrange haben. Sie sehen, Euro-S-Dollar bewegt sich hier knapp von 1,06 bis 1,014 eben. Gute 800 Pips in einer groben Range. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Euro-S-Dollar ist hier immer noch nicht klar in einer definitiven Laufphase. Insofern mal abwarten, was heute passiert. Es kann durchaus einen Richtungsentscheid geben. Und selbst wenn Euro-S-Dollar hier richtig dynamisch auftritt, sehen Sie, dass übergeordnet der Abwärtstrend selbst bei Preisen in Richtung 1,20, 1,25 immer noch intakt wäre. Das muss man ganz klar hier an dieser Stelle auch nochmal hervorheben. Im Kontext zum Euro-S-Dollar ist auch der US-Dollar-Index zu betrachten mit dem Unterstützungsniveau. Auch das hatten wir gestern im JFT-Devisenradar beleuchtet. Hier mit dem Unterstützungsniveau 1,93, 50, 93 Punkte etwa. Wichtiges Level. Mal schauen, was da passiert. Letztlich jetzt Euro-S-Dollar. Heute, wie gesagt, am Nachmittag spannender in Sachen Auflösung. Es dürfte volatil werden. Heute habe ich nochmal mitgebracht, etwas exotischer, aber auch interessant, den Silberpreis. Wir hatten neulich hier den Goldpreis schon im Fokus, der hier grundsätzlich bullisch daherkam und sich auch sozusagen an den Fahrplan hielt. Silber hier auch sehr, sehr dynamisch während der letzten Tage. Insbesondere auch heute wieder stark nach oben rausgezogen. Und ich habe Ihnen hier mal den ADX mitgebracht in der 10er Periodeneinstellung, der immer hier sozusagen eine Art Rennstärkebemessung ist. Und wenn dieser bei Werten um 60, über 60 notiert, dann wird es immer spannend im Falle von möglichen Gegenbewegungen. Das passiert nicht immer, ganz klar. Aber wir haben hier immer die Situation, wenn hier Hochpunkte gebildet werden und der ADX hier auf Hochs notiert, dass es sich dann zumindest um eine Phase handeln könnte, die alsbald in eine Wende übergehen könnte. Hier dieser scharfe Abverkauf vom Ende letzten Jahres. Da hat es, beispielgebend, mal nicht ganz gepasst, aber an den vorherigen Leveln hier, nach diesem Abverkauf, hier nach diesem Hochpunkt. Und jetzt sind wir im Prinzip hier wieder an einem Hochpunkt. Und das ist ein Wert, den kann man immer mal im Auge behalten. Silber kann durchaus weiter anziehen, hängt auch ein ganzes Stück weit vom Goldpreis ab, der ja grundsätzlich bullisch ist. Aber wir sind hier schon in einer relativen Überhitzungsphase. Auch hier, als wir über 60 gegangen sind im Februar, gab es dann hier erstmal eine scharfe Korrekturbewegung und Ähnliches dann direkt nochmal hier im März. Und jetzt haben wir eine gleiche Situation im April. Und wir haben hier ein Widerstandslevel vorausliegen. Bei 17,75 etwa dieses Niveau hier ist ein Horizontalbereich. Wenn wir hier noch weiter hoch schießen, dann dürfte auch hier dieses ADX-Niveau weiter überhitzen Status anzeigen, was Ergo dazu führen dürfte, dass hier die Situation dann relativ spannend wird in Sachen kurzfristiger Gegenreaktion. Warum das spannend ist, zeige ich Ihnen auch nochmal hier am großen Chart zu Silber. Hier im Wochenschartintervall, da ist das Level von 1,1775. Hier diese Zone lässt sich sogar aus 2010 herleiten. Und hier sehen Sie nochmal genau diese Marke, die hier auch auf Big Picture Basis durchaus interessant ist. Silber dennoch hier in einer Art Bodenbildung und hier sehr, sehr dynamisch. Das sehen Sie anhand der Wochenkerzen. Die letzte Woche und auch diese Woche hier wirklich dynamisch nach oben gezogen. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht das so weiter? Oberhalb von 1,1775, das ist der naheliegende Widerstand. Wir sind ein Stück weit überhitzt, aber der Goldpreis mit bullischen Bias und noch keinesfalls stark überhitzt, weil es unlängst eben eine Konsolidierung beim Gold gab, könnte es sein, dass der Silberpreis hier richtig nach oben gezogen wird. Die Rohstoffe, insbesondere Gold, Silber, profitieren natürlich hier von einem schwächeren Dollar. Das heißt, wenn Euro, S-Dollar ausbrechen würde über die Marke von 1,1450, 1,15, dann können Sie mal davon ausgehen, dass auch Silber und Gold hier exorbitant nach oben anziehen und dann wäre es natürlich definitiv so, dass wir es hier mit taktischen Kaufsignalen zu tun hätten, sowohl beim Euro als auch beim Silberpreis, den ich jetzt Ihnen hier auch nochmal in der Saisonalität zeige. Denn die sieht mal gar nicht schlecht aus für die kommenden 20 und wir gehen direkt nochmal eins obendrauf für die kommenden 40 Tage. Da sehen wir hier, dass der Silberpreis einen wahren saisonalen Bulltrend vor sich hat und mit der Vorausschau, dass wir hier eine Bodenbildung scheinbar abzuschließen scheinen, sozusagen. Und die Möglichkeit besteht, dass Euro, S-Dollar wieder erwartend eben doch hier rauszieht über die Marke von 1,15, wieder erwartend dahingehend, weil der Markt generell eine weitere Schwäche erwartet. Dann wäre das definitiv hier eine Überraschung, die den Goldpreis, den Silberpreis und Euro, S-Dollar nach oben hieven dürfte. Das ist spannend. Vielleicht sehen wir heute hier schon Indikationen in diese Richtung. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball, Sie hoffentlich auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal ein gutes Händchen. Bis dahin. Lassen Sie es ruhig angehen. Die Märkte sind definitiv vor solchen Events relativ zäh. Und insofern mal abwarten, was passiert, wenn sich der Staub am Nachmittag gelegt hat. In dem Zusammenhang eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.